Hey, nur eine kurze Ankündigung, dass ich am nächsten Mittwoch, das wäre der 7.2., um 18 Uhr wieder streamen werde. Eventuell Uri, aber eventuell auch was anderes. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, möchte mich noch nicht festlegen, weil ich habe ein paar nette Spiele gesponsert bekommen in letzter Zeit und streamen ist die beste Gelegenheit, da einfach mal reinzuschnuppern. Also sehen wir uns dann, hoffentlich. Bye, bye.